Wieder was zum Lesen. IEF-Akte. Datei angelegt. Sakinder Sayan Nas, alias Nas, wurde am 1. Juni 2007 mit mehr als 3 Kilo unverschnittenem Heroin im Koffraum seines Wagens verhaftet. Angesichts einer Klage wegen des Besitzes und der Weitergabe von Drogen erklärte sich Nas bereit, als Informant für uns zu arbeiten. Seitdem ist er unter dem Codenamen Scoundrel der Abteilung zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens innerhalb des HKPD unterstellt. Anmerkung des Verfassers Halunke. Das ist mal ein passender Codename. Scoundrel liefert nur äusserst widerwillig fürs gerechte bzw. verwertbare Informationen, da bereits mehrere Sachbearbeiter mit der Aufhebung seiner Immunität gedroht haben. Sollten nach folgender Spur Supervisor diese durchaus in Erwägung ziehen. So, nur aktuell. Ja, ich habe jetzt die ganze Akte gelesen. Ist egal. Darüber hinaus verschweigt Scoundrels konsequent seine eigenen kriminellen Aktivitäten und wurde bereits zweimal während eines Drogendienstes von unseren Überwachungskameras gefilmt. Angesichts seiner Vorschrafenregisters und der gegen ihn vorliegenden Beweise, die, weil von ihm nicht gemeldet, nicht unter der Immunitätsvereinbarung fallen, lässt er sich ausgesprochen gut unter Druck setzen. Das ist die beste Möglichkeit, ihn auf Kurs zu halten. Verlässliche und verwertbare Informationen über diverse Triadenaktivitäten, wie den Drogenhals, Schmuck und Autoliebstähle, sowie die Prostitution geliefert. Ja gut, ich habe da einen Satz vergessen. Sämtlicherweise diese Quelle müssen vor der Einleitung weiterer Schritte genauestens überprüft werden. Irgendwie kam mir das jetzt aber ziemlich bekannt vor. Ich wollte eigentlich zu den Upgrades. Triadenupgrade? Nahkampfresistenz, der Spieler erleidet weniger Schaden durch Nahkampf. Nahkampfwaffensprintangriffe, schalte die Fähigkeit effektiver Waffenangriffe während eines Sprints. Das hört sich gut an. Und Nahkampfupgrade, ja, das ist... Kommt ja noch. Neuer Fall verfügbar. Und wenn wir schon hier sind, können wir gleich den neuen Fall machen. Ganz ehrlich. Wey, ich habe etwas für Sie. Was ist es? Die Triaden, sechs von ihnen in den letzten paar Monaten. Alle gefunden durch die Wasser. Alle veröffentlichten. Was denken die Investigators? Was denken die Investigators? Du denkst, HKPD setzt ein vieles Waffen anzlösen zu lösen die Gangsters? Also, was, das nicht die Leute? Das ist warum ich zu dir gekommen bin. Wir haben nur drei neue Böden unter den Aberdeen-Bridge. Geh da da und schau mal. Und Wey. Uniformed Officers on the scene say at least one of them is from your crew. What? You positive? Keep your head on straight, Officer. And your eyes open. Are you sure? I've never heard of Loki. I've never even heard the name. Who ever heard of a Triad named after a Norse God? Someone in your department is dipping into confiscated dope, Lieutenant. Wow, das was Reckless Driver! Und ein Kop ist aus unserer Einheit. Hört sich nicht gerade pricken dann. Ich brauch zuerst was zu essen. Möchte ich eigentlich auch in real life. Es ist 9 Uhr und ich hab noch nichts abends gegessen. Ich bin eigentlich am verhungern aber gut. Was kann ich für dich machen? Was? Geh nicht zu groß auf diesem Weg. Eigentlich hätte ich jetzt das Poliziauto nehmen müssen. Wo ist denn... Ja gut, das ist ein Mandeln. Dann würde ich sagen kaufen wir uns erstmal ein paar Klamotten wieder so einfach. Für zwischendurch mal was zu machen. Und unseren Style etwas anzupassen. Wir haben eh genügend Geld. Mehr als genügend. Dann machen wir die Dienste Mission gleich hier drüben. Hey sexy man. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Hine abkürzen. Achso. Ja ne wollte ich nicht. Gibt's ja nicht hier noch irgendwas spannendes? Spannendes? Sieht nicht so aus. Ich hab mir auch immer wieder gelandet. Ich hab nicht mehr hier vielleicht. Da bin ich noch nicht mehr und du bist. Oh, das ist das Ding. Das ist ja nicht so aus. Also Lass uns einiges Mal hier. Oh, hey. Aber wir können uns eigentlich alles leisten. Danke, tschüss! Hey, hey, hey! Den habe ich leer. Quatsch! Der Pool-Office sieht eigentlich noch nicer als das schwarz und grün. Was hast du? Hast du Hosen? So einen grünen Armketten. Eine Gesichtsmaske. Ich frage mich wirklich, ob die manchmal andere Kleidung haben oder ob die immer das Gleiche haben. Dann kann ich sogar hier drehen. Dann kann ich sogar hier drehen. Ich habe die jetzt gleich alle aufgekauft und dann könnte ich irgendwann später mal wieder schauen, ob wir... Ob da irgendwie was wirklich Neues dazu gekommen ist. Was soll ich das anziehen? 25k. 350.000... Okay, das ist noch lustiger. Agent 47-and-a-half. Agent 47-and-a-half. Oh, ist er gar nicht mit einer richtigen Knarre? Okay, das ist irgendwie noch lustig. Agent 47-and-a-half. Ich helfe dich aus. Du bist ein Mann, der niemals Echt Bugsbeut, oh mein Gott! Du hast große Bugsbeut, du bist in diesen Kürze. Ja sicherlich bin ich nicht große Bugsbeut. So spiel ich jetzt mal ein bisschen. Ein Mann, der niemals Echt Bugsbeut, ist niemals Echt Bugsbeut. Was? Kann man ein Objekt anlegen? Dann muss ich seine Kürze ablegen. Ich habe den beste Bugsbeut. Nachgemachte Schlicklerhosen. Komm, dann kommt später. Ich habe eine ganze neue Fettung in. Ich habe den beste Bugsbeut. Komm, dann kommt später. Ich habe eine ganze neue Fettung in. Sieht so beschuldig aus. man weiß ja eh nichts was man sonst mit dem geld anfangen so good choice good choice I'm here every day thanks bye Das hat er. Oder sie? Okay, 300.000 habe ich noch. Jetzt sehe ich ein bisschen aus wie so ein doofer Rapper, so ein Möchtegernrapper aus einem Musikvideo. Na ja, gut. Man braucht manchmal wieder einen neuen Lokort. Nee, ich will keinen Fisch, danke. Leute, mach doch Platz. Noch ein Dragon Kick, bitte. Nee. Nee. You want good clothes for left? I got special deals. Hey sexy man, you want a little boy, don't you let me drink. What is love... ..love, love, 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 love.